Ich lerne Deutsch. Nummer 10491 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist kalt draußen. Die Wartezeit verkürze ich mir mit einer Tasse Tee. Benutzt du oft die Mikrowelle zum Aufwärmen? Ich habe diese Taschenuhr von meinem Großvater geerbt. Er trug sie nur sonntags. Ich male sehr große Bilder. Ich habe viele davon verkauft. Ich male sehr große Bilder. Ich habe viele davon verkauft. Die Flüssigkeit hat nach dem Erwärmen eine hellere Farbe. Die Flüssigkeit hat nach dem Erwärmen eine hellere Farbe. Die Flüssigkeit hat nach dem Erwärmen eine hellere Farbe. Hörst du beim Kochen gerne Musik? Hörst du beim Kochen gerne Musik? Hörst du beim Kochen gerne Musik? Kleine Gästen der Freundlichkeit können viel bewirken und die Welt lebenswerter machen. Kleine Gästen der Freundlichkeit können viel bewirken und die Welt lebenswerter machen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Geine Gästen der Freundlichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020